Nachhaltigkeit heißt für mich gesund wachsen. Die steirischen Regionen sind sehr vielfältig und somit ein guter Boden für Wachstum und Wohlstand. Die hervorragenden Bildungseinrichtungen der Steiermark sind Voraussetzungen dafür, dass wir Europameister auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sind. Graifeisen ist seit Generationen in der Steiermark verwurzelt und ein stabiler Partner auch für die nächsten Generationen. Nachhaltigkeit heißt für mich, über sich hinaus zu wachsen, ohne die Bodenhaftung dabei zu verlieren.